Hallo Leute und weiter geht's hier bei Alien Isolation jetzt sind wir hier im Aufzug letzter Part war aufregend ich hab schon wieder eine Trophäe bekommen geile Sache ja mal sehen was uns gleich erwartet Alter im Moment ist da ziemlich krass das ist sowas von krass also das Elend im letzten Part hat uns verschont anscheinend hat er Angst vom vom Feuer scheiß Schisser ey ich sag's ja wenn ich Predator wäre ey wäre er schon lang dran so na komm jetzt ich bin mal gespannt was zur Hölle was zur Hölle was zur Hölle bringt sie mich zum Täler ja zum Täler Swift ok Ladungspack also da komm ich wohl nicht durch he Lüftungsschächte wo muss ich überhaupt hin ey natürlich habe ich keine Karte davon na komm hier dann geh mal da rein bleibt ja nichts anderes übrig die Lampe geht langsam die Batterie wird langsam leer dann komm ich lass sie leer werden dann lade ich auf Bindemittel ich hab mir gedacht so ne Batterie hält ziemlich lang aber irgendwie doch nicht ne Revolver Revolver Munition boah ich bin schon wieder so laut hier in dem Lüftungsschacht da ist nix da kann ich nicht öffnen Sensor 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 kann ich nicht da hin da fehlt ein Teil das muss ich in Ordnung bringen Alter da hinten ist das alles was sich bewegt alles total verrückt reiß dich zusammen Mann ey Mann ey Mann 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 ne ich hab keine Karte wo muss denn hin ich hab hier überhaupt nix sind die freundlich sind die Leute freundlich sind die Leute freundlich herrlich wackel ich mein ja hier die sind bestimmt nicht freundlich ey hier ist niemand freundlich ich mein ich könnte die auch kaputt kloppen aber dann ist das wieder so laut und dann hören die mich wieder kann ich das nicht aufmachen nein ja ist doch einfach nur scheiße ich dachte vorher schon ich hasse siegst ich dachte vorher schon ich hasse siegst ich dachte vorher schon ich hasse siegst was kaputt muss man gucken was kaputt ist erst mal das Problem analysieren ist er hier 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 der sieht mich nicht der sieht mich nicht der sieht mich nicht da ist nur was Ladepack wofür brauchst du den Ladepack mal grad gucken das kann ich nicht bauen ich kann aber ein Molotow Cocktail bauen was ist die mit s die er ist Köln die Klinik und ich glaube ich habe alles vor siehst du aus also ich kann doch jetzt noch nicht speichern oder kann doch jetzt noch nicht speichern es ist noch zu früh mal gucken ja ich muss erst mal dieser die Sache mal untersuchen das war so ein Verständnis die nicht sehen die sind bestimmt nicht freundlich 100%ig keine Waffen Lade mal auf das ist bestimmt keine gute Idee weil ich hab ja nicht gespeichert hier so rauszukommen wir wurden angegriffen wir sitzen in der falle der aufzug geht nicht wir wissen nicht wo wir suchen sollen ist der wahnsinnig wir wissen ob du wahnsinnig bist diese dinger greifen jetzt menschen an sie sind okay französende Arschloch wird schon gehen ich werde mich jedenfalls sicher nicht mit den dingern anfreunden wir hätten das da drüben nicht machen sollen ich weiß zwar dass wir hungrig sind das fühlt sich einfach so falsch an ja ja hier alter okay so sieht der Raum aus muss ich da hinten hin oder was okay der da läuft die ganze Zeit so hin und her oder was ja er dreht seine Runden hier kann ich doch rein das musste wahrscheinlich geschehen aber das war deine Idee nicht meine so hier rein und jetzt wir werden bald schlafen müssen ich packe das echt viel länger an dann schlaf doch wenn du schlafen musst mein Freund also was jetzt Moment lass mich nachdenken was meinst du was das vorhin für ein Geräusch war hat sich wie eine Explosion angehört so viel war mir auch klar du Genie aber was hat sie ausgelöst ist bestimmt Waits hab gehört er will die Kreatur mit Fallen töten Fernsprechladung kannst du das glauben der muss durchgedreht sein vielleicht ist das die Lösung ich hab gehört Waits hat einen sicheren Unterschlupf in der Nähe der Galerie da könnten wir hin hast du mich nicht gehört der Irre jagt alles in die Luft nein danke uns gehen die Möglichkeiten aus dann als Mörder lass mich nachdenken schau mich nicht so an das hat der Typ sich ordentlich verdient ja die drehen auch langsam durch ähm ja ich bin hier irgendwo in so in solchen scheiß Tunneln drin Sensor wir sind nicht allein etwas hat die Schüsse gehört noch mal so ein Ding ich bin froh dass ich euch gefunden habe ich weiß nicht ob die ob die mich nicht erschießen wenn ich zu denen gehe weil ich meine ich meine die hören sich so alle so ich bin doch freundlich das war deine Idee nicht meine jetzt wiederholte sich aber Mann ich bin doch freundlich ich tue doch niemandem was ich habe doch bisher nur einen einzigen Androiden kaputt gemacht aber das hat er verdient aber das hat er verdient ach man doll ich habe nur die Karte von diesen Tunneln ey ich werde hier nicht verrecken auf keinen Fall alter muss ich den kaputt kloppen hm ich meine er bleibt da hinten stehen hier kommt noch einer Mann ey muss ich ey was soll ich denn was soll ich denn hier machen keine Ahnung ey verdammte Scheiße soll ich die kaputt kloppen muss da sein ich bin wir schaffen das schon ich meine wenn ich anfangen anfangen zu schießen hier wenn ich anfangen zu schießen hört mich das Alien Haltet die Bewegung Ausschau könnte überall sein ja toll ja toll viel besser ist das hier jetzt nicht äh das hier ist das ist jetzt oben drüber oder irgendwo sind wir jetzt oben drüber da der hat auch irgendwas irgendwas geschwätzt von wegen irgendwelche Androiden die können den Aufzug reparieren da bin ich zwar da bin ich mir zwar noch nicht so ganz sicher aber warum habe ich diesen Auftrag nochmal angenommen ich bin mir ziemlich sicher dass ich den reparieren kann da ist einer Tod und haben wir hier eine Runde speichern wäre echt super vielleicht hat er ja irgendwas das ist doch der der Androiden bleib wach du Depp wenn wir das hier schaffen wollen musst du am Leben bleiben hab ich das jetzt hab ich das jetzt äh nach keiner Ahnung ich guck mal hier nur ein bisschen mal sehen was ich finde ich meine hier ist ja noch alles relativ ruhig wirklich behaupten Leuchttemberg ich hab genug Leuchttemberg Leuchttemberg wie viele gehen Leute mein Prozent da einmal geht wieder wir sehen uns gleich wieder macht gut diese ganze Station ist ein Drack